Heyo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Minispiel. Heute spiele ich Fireboy und Watergirl in the Forest Temple. Hat mir die liebe Lea die Katze empfohlen in den Kommentaren von Holeio dem letzten Video. Oh, das hat sich gereimt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf Play und gucken, was das so kann. Aber was so viele Level gibt. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier überhaupt machen muss. You... Was? Ich spiele beides. Okay, ah, das ist auf... Warte mal, muss ich das so machen? Ich darf das nicht mixen. Warte mal, wie springen ich denn? So, na. So, wow. Okay. Ich spiele das gerade zweifelig. Wow. Und das darf ich durch, so. So. Wow. Wui. Was kann das? Aha. So. Und dann springen wir mit dem hier hoch. Das scheint Säure zu sein. Deswegen geht das nicht so gut. Wuh. Okay. Geht mal hier hoch. Sammelt das. Alter. Das ist voll kompliziert, mit zwei Fingern das zu spielen. So, das geht beide mal... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Warte mal. Ich glaube, du gehst jetzt einfach mal hierhin zurück. So. Und du gehst jetzt hierhin. Nein. Äh. Ups. Äh. So. So. Und dann zack. Oh, warte mal. Äh. Ah. Warum? Warte mal. Ich komme da nicht hoch. Ich kann interagten mit... Das weiß ich doch. Ich komme da nicht hoch. Ah, jetzt. So. So, jetzt komme ich. Wupp. Und du gehst jetzt runter. Yeah. Sehr schön. Äh. Was hat es jetzt damit auf sich? So. Huh. Leute, ich bin ein bisschen überfordert. Wollen wir mal so. Ähm. Ja, oder so, ne? Nein, Mist. Kann ich das schieben? Kann ich das nicht ziehen, oder so? Äh. Das ist jetzt doof, ne? Weil das Ding hätte ich schieben müssen. Kann ich das Level resetten? Geht das nicht? Nein. Äh. Retry. Ach, ne. Ich scheine noch beim ersten Level. Geile Scheiße. So. Zack. Wir machen erst mal hier. Wupp. Und Wupp. So. Und dann zack. Und zack. So. Wir haben den Dreh jetzt auf jeden Fall raus. So. Wupp. Wupp. Nice. Und dann machen wir hier zack. Dann springt der hoch. Wir müssen uns immer auf eins konzentrieren mal. So. Ups. So. Und weee. So. Du stellst dich hier hin. Und Wupp. Hey. Und Wupp. Hä? Hallo. Hallo. Uiuiui. So. Dann gehst du hier hin. Ah, ne. Es ist da der Mauszeiger im Weg. Los. Achtung. Und. Und. Ah. So. Nice. Jetzt kann ich hier her kommen. Und. Wupp. Achso. Ich kann auch einfach runter gehen. So. Und zack. Okay. Jetzt Achtung. Jetzt müssen wir. Wupp. Und dann hier das hier rüberschieben. Du kannst mitkommen. So. Ne. Oder. Jetzt habe ich es wieder verkackt. Oder? Nein. Habe ich nicht. Warte mal. Äh. Du musst da hoch. Water Girl. Und jetzt dann. Wuh. Okay. Und. Wuh. So. Okay. Nice. Ähm. Warte. Jetzt muss er. Muss er zuerst. Warte. Er muss zuerst hier rein. Na. Und du musst da rein. Das seht ihr gerade nicht. Wegen der Cam. Leute. Da war so eine Tür. Geil. Was? Die Zeit. Hat nicht gereicht. So. Continue. Okay. Alter. Da gibt es voll viele Level. Leute. Das macht echt Laune. So. Äh. Ups. So. Zack. Du gehst hier lang. Und das machst du einfach so. Na. Du gehst unten durch. Und oben drüb. Wow. Oben drüber. So. Wird halt immer schwieriger. Nehme ich an. So. Warte mal. Gehen wir erstmal hier hin. Machen das. Wop. Wop. So. Du holst das da. Gehst hier hin. Du läufst. Holst das. Du kommst mit. Ah ne. Warte mal. Ähm. Warte kurz. Äh. So. So. Stell dich mal hier hin. Du gehst rüber. Hältst das auf. Du kommst. Springst hier hoch. Springst da rüber. Oh. Hoch. Rüb. Hoch. Rüber. Wow. Das war sauknapp. Ne. Wow. So. Und. Achtung. Alter. Hat sich das Ding mal wieder beruhigt hier? Ähm. So. Wow. Knapp, Alter. Na. Oh. Hilfe. So. Achtung. Wow. So. Ab nach da oben. Was macht das? Aha. Okay. Achtung. Wow. Das war wirklich knapp. So. Du bleibst da stehen. Du gehst hier hin. Gehst wieder rüber. Du gehst hier hin. Stellst dich hier drauf. Du kommst. Äh. Du gehst hier rein. Und du gehst da rein. Alter. Hä. Das macht echt voll lau, ne? Aber was hat es mit der Zeit zu tun? Was ist das da? Warum ist da ein X? Nice. Nice. What the fuck? Äh. Mach mal erst mal so. Wow. So. Und jetzt du. Ich hab voll den Durchblick, Leute. Wow. Wupp. So. Achtung. Jetzt gehen wir hier hoch. Nice. Nein. Äh. Warte. Warum geht es nicht? Ja. So. Jetzt du. Jawoll. So. Jetzt kommst du. Und Kistach da oben. Leute, ich bin gerade mega konzentriert, weil das halt schwierig ist. Nein. Dein Ernst. Muss ich jetzt alles nochmal machen. Scheiße, ey. Alter, nee. Die springen da nicht ab. Verkackt. Verkackt. Oh, Mann. Hä? Warum ist das jetzt lila? Heißt lila schlecht? Ich finde das cool, das Spiel, Leute. Lasst auf jeden Fall mal einen Daumen da, wenn euch das auch gefällt. Ich bin da oben. Ich bin da oben. Äh. Warte mal. So. Du gehst da drauf. Du schiebst das Teil jetzt hier hin. Ich komm hier mit. So. Jetzt gehst du hier rum. Ähm. Gehst da rum. Und du gehst jetzt hier lang. Wop. Es ist wieder der Mauszeiger im Weg. So. Bringt das was? Warte mal. Ich glaube, ich habe Mist gebaut. Kann es sein? Ich hätte hier nicht langen gedürft. Verdammt. Ähm. Ah, doch. Ich habe alles richtig gemacht. Warte. So. Ähm. Ah, okay. Da passiert nichts. Wow. Hui. Leute. Wahnsinn. Es ist jetzt nicht so ein Spiel, ne. Wo ich krass die ganze Zeit kommentieren kann. Weil ich mich da echt anstrengen. Alter. Und jetzt geht es hier in alle Richtungen. Ähm. Du musst da lang. Wuuh. Und dann hier runter. So. So. Und dann. Ähm. Gehst du da lang. Fuck. So. Alter. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Jetzt. So. Perfekt. So. Ich kann den nämlich hier hin. So. Problem ist es allerdings. Warte mal. Wenn ich das mache. So. Nein. Fuck. Das muss so sein. Ich darf nur nicht ins Wasser springen. Nein. Ich muss das irgendwie anders hinkriegen. So. Du gehst jetzt da lang. Und musst es so machen. Ne. Na. So. So. Ähm. Ja. Jetzt ist die Frage. Ach so. Oh. Warte mal. Nein. Ups. Ach. Nein. Hallo. Ich muss das nochmal retryen. Ich weiß jetzt wie es geht. Glaube ich. So. Du gehst hier lang. Nein. Wie ich das hasse. Äh. 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 So. Okay. Schön. So. Achtung. So. Jawoll. Ich kann das nämlich runterlassen. Also so. Yeah. Woo. I got it. Äh. Ups. So. Komm. Nice. Nur. Habe ich scheiße gebaut. Na. Warte mal. Ah doch. Es geht. Oh Mann. Oh Mann. Ich habe es geschafft. Wow. Leute. Wenn ihr. Noch eine Folge sehen wollt. Von. Äh. Dingensbumsens. Und Dingensbumsens. Müsst ihr mir das nur sagen. Ich weiß es nur nicht. Leute. Ich scrolle jetzt hier mal kurz durch. Ob das gespeichert wird hier. Das interessiert mich mal. Äh. Wann spielen die. Die letzten Spieler. Ah. Will irgendjemand mein Freund sein. Drogen Queen. Äh. Ne. Ähm. Ich frage mich jetzt was passiert wenn ich das Spiel neu lade. Warte mal. So. Warte mal. Kurz. Ich lade mal neu. Ob ich dann ganz am Anfang bin. Oh. Hier ist Werbung. Ja. Ich bin sehr wahrscheinlich dann komplett beim Anfang. Äh. Bist die Werbung jetzt weg. Nein. Es wird gespeichert. Das heißt wir können an der Stelle weiterspielen. Leute. Wenn es euch gefällt. Lasst ein Like da. Bis dann. Und tschüss. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020